Hallo, heute erzähle ich euch, warum die Wahrheit von Melanie Rabe mein Hörgenuss im Juli war. Ich habe dieses physische Exemplar schon eine Weile im Regal stehen und habe das immer für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben. Der war dann jetzt im Juli gekommen, aber mir war mehr nach dem Hörbuch und das habe ich dann über die Onleihe ausleihen können. Und das ist tatsächlich zum Hörgenuss des Monats für mich geworden. Ihr kennt das ja schon, am letzten Donnerstag eines Monats laden einige Booktuberinnen ihren Hörgenuss hoch. Ich verlinke nochmal oben in der Ecke die Playlist, die dazu stetig wächst. Es ist natürlich auch immer eine Empfehlung des Buchs. Wenn ihr selber keine Hörbücher hört, dann könnt ihr euch immer auch die empfohlenen Bücher, also als Buch, nicht als Hörbuch angucken. Bei mir war es jetzt die Hörbuchfassung von Die Wahrheit von Melanie Rabe. Und ich habe vier Sterne vergeben und erzähle euch jetzt, warum. Vielleicht erstmal zum Inhalt. Wir treffen die Protagonistin Sarah, nachdem ihr Mann sieben Jahre verschwunden ist und sie so langsam an den Punkt kommt, wo sie nach vorne schauen will. Ihr Fokus ist ihr Sohn und wie die beiden zusammen nach den Trauerjahren jetzt in die Zukunft blicken können. Genau in dem Moment bekommt sie allerdings dann die Nachricht, dass ihr Mann noch lebt und zurückkehren wird. Doch das reicht nicht. Sie erkennt, als das vermeintliche Entführungsopfer aus dem Flugzeug steigt, dass sich jemand als ihr Mann ausgibt. Nur Sarah ist diejenige, die das erkennt. Und dieser Jemand droht ihr und ihrem Sohn sollte sie nicht mitspielen. Ich habe ja auch Die Falle und Die Wälder von Melanie Rabe schon gelesen. Die Falle hat mir besser als Die Wahrheit gefallen und Die Wälder hat mir deutlich am wenigsten gefallen von den drei Büchern. Was die drei Bücher allerdings gemeinsam haben und ich würde sagen, Die Falle und Die Wahrheit sogar ungefähr zu gleichen Anteilen. Die Wälder ist da für mich auch ein bisschen rausgefallen. Ist die wirklich herausragende Sprache, die allerdings Geschmackssache ist. Also ich finde das ziemlich literarisch, wie Melanie Rabe schreibt. Und wenn man die reißerische Sprache von einem Psychothriller erwartet, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht. Es ist schon immer mal blumig und bildhaft. Aber in dem, wie sie die Bilder aussucht, die sie sprachlich verarbeitet, ist Melanie Rabe einfach sehr ungewöhnlich und sehr unvergleichlich. Also es waren einfach so Formulierungen, bei denen ich sofort ein Bild im Kopf hatte, die ich aber nirgendwo anders schon mal gehört habe. Also es gibt ja so sprachliche Bilder, die sind ausgelutscht und die kommen in jedem dritten Buch vor. Und das ist bei den Büchern von Melanie Rabe überhaupt nicht so. Ich habe zwei Beispiele im Kopf. Zum einen, Sarah kommt nach Hause und die Formulierung ist, sie kam nach Hause und wusch sich die Stadt von den Händen. Das finde ich einfach so eine coole Formulierung und man weiß sofort, was gemeint ist. Und eine andere Formulierung war, Regen wie Fäden, die den Himmel mit der Erde verbinden. Das ist irgendwie unvergleichlich. Mir ist kein anderes Buch eingefallen, was sprachliche Bilder so einsetzt, wie die Bücher von Melanie Rabe. Es ist allerdings was, worauf man sich einstellen muss. Ich fand das toll, weil das so beim Hören immer auch dafür gesorgt hat, dass ich mich an solchen Stellen irgendwie gefreut habe über die Qualität der Sprache. Es trägt natürlich schon zur Stimmung bei, aber es ist nicht reißerisch. Wenn man das erwartet, wie gesagt, ist man wahrscheinlich eher enttäuscht. Dann zur Spannung, vor allem die ersten drei Viertel waren wirklich nervenzerreißend für mich. Ich fand das total angespannt und nervös machend und unberechenbar. Also vor allem, wie Sarah auf den Mann trifft, der sich für ihren Mann ausgibt, da wusste man nie, was als nächstes passiert und worum es überhaupt geht. Also die ersten drei Viertel waren wirklich, wirklich sehr, sehr angespannt. Unter anderem durch die Sprache unterstützt, aber einfach auch durch die Konstellation zwischen den beiden. In diesen ersten drei Vierteln konnte man wunderbar mit theoretisieren. Es gab immer verschiedene Anhaltspunkte und verschiedene Richtungen und verschiedene Gewichtungen. Und so war es beim Hören immer so, dass ich nicht wusste, wo kann es hingehen. Dann hatte ich einen Verdacht und dann war das aber zu einfach. Oder dann hatte ich einen anderen Verdacht und dann wurde der aber entkräftet. Also die ersten drei Viertel waren wirklich grandios. Spannend, zum Mitraten, unberechenbar. Und dann flachte das ein bisschen ab und das hat sich auch auf die Auflösung abgefärbt. Ich würde sagen, und das ist auch so ein bisschen, warum ich nur vier und nicht fünf Sterne vergeben habe, man darf sich nicht auf eine Auflösung mit Knalleffekt freuen oder einstellen, sondern es geht eher um den Weg dahin. Und bei mir war es dann so, ich hätte gerne ein bisschen mehr Knalleffekt am Ende gehabt, was es nicht gab und deswegen gab es bei mir dann Sterneabzug. Ich glaube aber, dass ich das Buch anders gelesen hätte und vielleicht sogar fünf Sterne vergeben hätte, wenn ich gewusst hätte, dass es mehr um den Weg und nicht das Ziel geht. Deswegen sage ich euch das jetzt auch so. Das Hörbuch wird von drei Stimmen gesprochen. Einmal eine Sprecherin, die die Kapitel aus Saras Perspektive spricht. Und dann zwei Männerstimmen. Und mich hat vor allen Dingen die Stimme von Sarah sehr überzeugt. Die hat die ganze Bandbreite an Emotionen sehr, sehr gut verdeutlicht. Also Sarah macht natürlich ein ganzes Spektrum an Emotionen durch. Trauer und Wut und Frust und Panik und Aktionismus. Ich finde das an den Büchern von Melanie Rabe immer total toll, dass es eben da so ein ganzes Spektrum gibt. Und die Sprecherin hat das durch ihre Art auch noch unterstützt. Zu den beiden Männern kann ich nicht so viel sagen, ohne dass es irgendwie zu viel verrät. So, und das war es jetzt auch schon wieder. Mich würde interessieren, ob ihr die Wahrheit kennt und wie es euch gefallen hat. Oder ob ihr andere Bücher von Melanie Rabe schon gelesen oder gehört habt und wie die euch gefallen haben. Und dann verweise ich nochmal auf die Playlist der anderen Hörgenüsse. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.